Sie sagten, alle seien Kopfbahnhof. Stimmt noch nicht? Straßburg, Durchgangsbahnhof. Karlsruhe, Durchgangsbahnhof. Jetzt stimmt, Paris ist ein Kopfbahnhof. Gartenest. Warum? Weil es westlich von Paris keine Menschen mehr gibt, sondern nur noch Krienthalter. Aber Stuttgart, aber Stuttgart, die man könnte. Das heißt, ein Paris demonstriert sich gar nicht. Und Stuttgart ist das Thema Elementar. Und dazu kommt alle neuen Bahnhöfe. Alle neuen Bahnhöfe werden im Regelfall als Durchgangsbahnhof gebaut. Deswegen spricht viel, nein, alles. Der Stuttgart als Durchgangsbahnhof hoch auf den Flughafen.